Ich bin wieder zurück in Baden-Württemberg im Wahlkreis. Gestern war ich in Walderstadt bei Kranich, einem großen Solarvertrieb, die einige Anliegen noch hatten. Auch ein bisschen Lob für das, was wir an Vorschriftenbürokratie schon weggenommen haben, aber auch ganz klar gesagt haben, es gibt noch viel zu tun. Und danach war ich noch in Kalf bei der Kreismitgliederversammlung der Grünen. Und jetzt bin ich hier in Singelfingen bei VK. Die fahren nämlich Menschen mit Beeinträchtigung zur Schule, zum Arbeitsplatz, nach Hause und sonst unterwegs. Und ich bin heute mal ein paar Stunden mit dabei. Heute bin ich in Schöneich, hier im Second-Hand-Laden Morgenthaler. Hier gibt es aber auch ein Café und deswegen machen wir heute hier mal wieder einen Bericht aus Berlin. Ich freue mich, von meiner Arbeit in Berlin zu erzählen und natürlich auch Fragen von Bürgerinnen und Bürgern, anzunehmen, was sie gerade so umtreibt.